Was es heißt, alles einzuschließen, nichts auszuschließen. Das heißt tatsächlich, eins zu sein mit dem Leben, keine zwei. Ganz praktisch und einfach. Irgendwas passiert, wir kommentieren es, das löst Gefühle in uns aus und jetzt sagen wir nein. Dich, du gefühlt, dich will ich nicht. Dich will ich nicht fühlen, dich will ich nicht haben. Oder nicht schon wieder, nicht jetzt, nicht so sehr, nicht so intensiv. Also selber sagen nein. Nein zum Leben, wie es jetzt gerade ist. Nichts, was im Außen passiert, hat jemals Gefühle in dir ausgelöst. Nur deine Interpretation dessen, was im Außen passiert, also deine gedankliche Bewertung, was im Außen passiert, das löst Gefühle in dir aus.